Willkommen zurück zu Let's Play! Können wir spielen in gut 1? Ja, willkommen zurück zu und so, ne? Lange ist meine Pappen, ja? Ich bin doch, aber egal. Ich weiß nicht, weil wir nicht hochfallen, ne? Deswegen kann es mal sein. Ja. Wenn keine Pappen kommen, dann liegt es wegen Providegründen oder so, ne? Vielleicht und so. Hallo! Warum ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht warum. Sehr komisch. Im Grunde nicht, er schließen kann. Fuck! Oh. Fuck, boah. So. Ein bisschen vom Dorisch. Früchte. Okay, sehr viel, ne? Weiter einfach, komm. Shit! Echse. Weg! Und wow, weg! Und scheiße! Uff. Oh ja, klar. Ist ja halb so wild, ne? Ist ja schon das Level, wo wir aufgenommen haben. So schon, ne? So lange nicht mehr aufgenommen, so lange. So mega lang, ne? Oh Gott! Wow! Mindestens. Mehr als eine Woche. Mehr als eine Woche. Es sind vielleicht so mehr als zwei. Warum ich nicht so klein habe da, ne? Das muss ich rauskacknen. Ja. Wir wurden unterbrochen. Ja, ich werde auch mal unterbrochen, ne? Immer, immer. Ein paar Mal so, ne? Einmal mehr. Mindestens. Alter! Weil das ist so scheiße. Oh mein Gott! Soll ich jetzt einfach mal überspringen, das Level? Also so... Mit nem Zeitraffer oder so nem Scheiß. Ich glaube, ihr habt ja schon keinen Bock, dass ihr ein paar Mal so sehen. Vielleicht zerreiß ich tausmal oder so. Oh Gott! Alter! Rot! Na, da geht ja noch, ne? Ich hatte ja lieber in Sicherheit. Ne, weiß der weiß. Schiff! Schiff! Und springen! Nicht über... Nicht über allen einen... Schiff! 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 A Shinisation kam mir mal rein! Der ist mal wie ich mein Secret ist. Erysical ist ein hintenEm்,. S subscribe fürследist operation. Und denまで in der aufrunden Recents. Also wir Military ist... Ich denn meistens schonserhnten hey? dishes making it up? da war nix sehr schön der Hintergrund auch mal schon bei Super 8 ganz nett aus ganz nett nicht so schön meinst du ne mein Gott das ist mir jetzt wieder wenn ich hier vorm ende viel besser gewesen in den kommentaren ich bin erkältet glaube ich immer noch ein wenig was man erst nicht hört ach ja was weiß ich falls nur falls ich es noch nicht erwähnt habe ich habe auch ein Tagebuch am laufen von minecraft das nimmt aber nur Tahu Yuga auf nicht ich oh bis gleich da bin ich wieder und warte kurz jetzt naja warum springe ich eigentlich wenn ich weiß warum 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 crash oh ich mache eine kleine Oskine ich werde auch meinen Diverna auch meine Diverna oh Gott das geht oh mein Gott ich habe mir nicht angemacht einen Timer ich werde die immer vergessen aber warum drehe ich mich nur will ich einen Bottletip immer so ich spiele eigentlich nicht wenn ich ein Mensch ne auch mal mongo mongo er spielt boah wie wenig bock ich auf das Level habe ich weiß nicht warum ich nicht aufruhen habe ganze zeit Oh Alter, warum sag ich, Alter? So, komm mal, Schlimmes passiert. Oh, oh! Ich glaub ja nicht, ne? Oh, da ist sehr, sehr leck. Manchmal. Und wie hier... Wani... Wie heißt das? Wani-Briere? Mit einem Stahlkreuz. So froh abgefuckt. Hä? Bei Leben. Oh mein Gott. Beim letzten... Beim ersten Leben. Ja, dann... Dann... Dann werde ich... Aufgehen machen. Genau jetzt, Leute, ja? Bis gleich, Leute. Ich bin beim Checkpointen. Ein Leben. Was ich gesagt habe. Wohl, ich dachte schon, wir würden sterben, ey. Ich wäre so fail. Ich traue mich, mein FPS hat er grad nicht. Warte, Leute, kurz. Jetzt. Jetzt, vielleicht. Komm aufs Duchen. Oh mein Gott, ich hab's zwar geschafft. Geil, so viel Leben. Ja, Checkpoint. Oh Gott, gut. Springen. 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 Checkpoint. Yeah. Bin doch ganz gut, ne? Naja. Gut. Äh, oh Gott, okay. Warum leckst du, du scheiß Crash, Benni? Gut. Imulator. Spiel. Du kannst mich mal. Oh Gott, an die Schell kann ich mich auch sehr gut erinnern. Naja, ich glaube nicht, dass wir ohne Prümier schicken, oder? Oh Gott. Ich hab's doch geschafft. Widerated Toy هو. Oh Gott. Oh Gott. Sch harmless, ne? Doch, scheiße. Warum? Ja, scheiß Triff. We geven ourselves. Auch First reviews. Warum? Was ist gar nicht? traue ich mich nicht Oh Gott! Gut, doch geschafft! Alter, leck nicht! Oh, hakt nicht! Ist mir ganz egal, aber... Lauf bloß richtig! Okay, da muss man merken... Okay... Jetzt hab ich's raus... Doch, jetzt laufen! Komm, springen! Boah! Jetzt... Jetzt springen! Wenn wir jetzt mit der Darm verbrannen, wäre so arm gewesen, ey! Das ist ja ganz elekt... Warte, Leute, kurz... Warte, kurz, ne? Ein paar Sekunden... Jala... Komm, wieder zurück... F*** dich... Der ist ganz leicht eingest... Glaube ich... Glaube ich aber nur... Oh mein Gott! Boah, ich häng schon mal? Oh mein Gott, holy shit! Alter... Das ist der Scheiß... Okay... Ich weiß doch, wie's geht... Genau so... Naja... Nicht so genau, aber egal... Hätte treffen müssen die Platte... Das Spieltron soll ich... Das Spieltron soll ich nicht sein lassen... Auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Na klar, aber brenn ich auch noch an da ran... Oh ja, klar... Mein Leben nur noch... Oh Gott... Alter, f*** dich... Hier krieg ich das Alkohol rauf... Glaub schon, ne? Glaub schon, ne? Da wird der Light zum Beispiel... Ne? Boah, schnell... Oh, musst du auch die Lecken immer mal... Lecken... Lecken... So war das knapp... Okay... Boah, man... So gut, ey... So gut... War ich noch nie... In den Level... Oh mein Gott, warum kommt denn jetzt? Oh mein Gott... Oh mein Gott... Oh mein Gott... War ja klar, war ja klar... So war... Ha? Oh mein Gott... Oh Gott... Jetzt bin ich wirklich glücklich... Kann ich ruhig verrecken... Alter... War das Redluck... Oh mein Gott... Alter... Oh... Der Emulator spasselt voll ab... Spass nicht... Der Emulator... Warte kurz... Ja, ich sollte euch ja sprechen... Oh scheißegal eigentlich... Gerade, ey... Was ich jetzt mal gesagt... Geh doch weg... Ach... Leid... Mal rum... Nur... Oh... Halt... Die... Fress... Ein... Economic... Hey, wie ert... Ich warte, dann gehst du rum weg. Ich hab grad wieder springen wollte ich. Oh mein Gott, oh fuck. Ich bin so langsam, ich bin so langsam, Gott. Nein, nein, geht nicht. Nein, warum springe ich auch da? Genau da muss ich springen. Warum auch nichts? Ich bin so langsam, ich bin so langsam, egal wie lang die wird. Ich bin so langsam, ich bin so langsam. Ey, ich bin jetzt einfach ein bisschen weg. Ich bin jetzt einfach ein bisschen weg, dann lass ich raus. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Geht weg auf euch. Nein, warum? Alter, war das knapp. Flak hat die noch nie gedacht. Komm, dann geh schneller, Schwermose. Fick schneller. Oh Gott. Hätte das eher noch schief gehen können. Okay. Lieber drauf springen wegen Bumpafrüst und Leben. Wir haben mal eine schöne Idee. Obwohl ich das irgendwann mache, da rauf zu schützen. Richtig schneller. Amperationale. Oh mein Gott. Fitto. Da war jetzt kein Todes, Musik, oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum nur? Wesentlich nicht gestorben. Leute. So ne Schiss vorher gerade, ey. Wie lange das Level auch geht einfach, ey. So verspassiert ist er kein Level mehr. Alter, 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 Alter. So schnell, einfach schnell. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warum nur? Was nehmen wir hier? Ne, da springe ich auf keinen Fall drauf. Alter, willst du mich verarschen oder was? Was? So ist's schon. Alter, Alter, ey. Ich krieg die Kritze. Ich will aber noch einmal überleben, was ich führen muss. Genau. Alter. Halt die Fris. Oh sch***. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, bist du schon überlebt? Noch, noch, ich sag dich. Bin ja verrickelt irgendwann, das ist doch dummhalsch. Ist ja sehr viel mit Lachs zu tun, aber mit Glück und so. Nein, genau warum da? Warum springe ich nicht? Warum fallte ich rauf? Warum verbrenne ich eigentlich? Warum bin ich schwarz? Sicher, ey. Ich muss doch nur lecken, du Scheißspiel, ey. Bis gleich, Leute. Und hier bin ich wieder an der Stelle, wo ich verreckt bin. Bei Ostfrau, egal. Ich hab dich bloß nicht verrecken. Weil was, wir sehen uns oben, ne? Also, schau. Leute, ich hab es geschafft. Geil, Lomatur. Matko, ja. Oh Gott, wie. Okay. Jetzt sag mal, guck, den will ich haben. Ähm. Ist das falsch, oder so? Geht doch! Okay, woher geht's? Alter! Ja. Ich hab es geschafft. Gut, ein gut. Ich hab es geschafft. Ein bisschen. Ein bisschen, ganz wenig. Okay. Okay. War sehr, sehr still, weiß ich. Aber egal. Macht ja nichts aus, ne? Nein, oh Mann! Oh mein Gott! Okay. Ja, noch eine lange Zeit dafür, sehr lange. Oh mein Gott! Schneller! Oh Mann, oh Mann! Hohohohohohohohohohohoho! Geil! Oh mein Gott! So schon ist das ja gar nicht so schwer, ne? Irgendwo so. Oh mein Gott! Geht ja noch eigentlich bis jetzt alles? Oh mein Gott! Wo ist das jetzt eigentlich? Ja... Oh Gott! Gut. Ich dachte gerade, ich würde davon sehr schuld werden. Und springen! Und boah! Sofort geschafft, Leute! Also, zum Glück schafft das ja alles. Es ist gerade so schön. Und springen! Und! Gleich über Feuer, wenn es die Hand ist. Und dann wieder über irgendwas. mal wieder über irgendwas. Wie lang die sehr vorgegeben ist, sehr aktiviert. Ja, wie hat sie vorgefallen? Es ist alles das gleiche! Das darf ich jetzt nicht verkacken. Wenn doch, dann bin ich sehr am Arsch! alter so wird er kriegt immer noch warum eigentlich das kann kaum jetzt schon voll sein hallo wenn wir da sollte es gehen ok 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 ging ja ganz leichter point warum warum auch nur das machen würde wenn ich nur sagen würde nur anklicken würde er sehr blöd wäre okay wo ist das schwierig hier dran gerade jetzt meine frage daran geschafft okay so schwer ist eigentlich eigentlich aber für mich ist der Klau ne Klau ne Kompi und so ne alter halt die fresse du scheisse Crash komm muss ja schnell sein kann ich so schnell reagieren oder doch ein ja doch eine geschaffen alter wo ich dann gerade mein letztes schilder hätte geschlagen geschafft ende der war die ende der ende der erste passt auch schon erst passen siebten part alle will hey was ja scheiße eigentlich also mal schaue leute also koala kong